Als ich gerade auf meinem Minecraft Citable Server unterwegs war, habe ich zwei Spieler getroffen, die gerade mal seit 20 Minuten auf OP-Sucht spielen. Schaut euch mal deren kleines Haus an und die wohnen da einfach zu zweit drin. Da habe ich mir gedacht, dass ich den beiden eine kleine Freude bereite, indem ich dieses kleine Mini-Haus hier abbaue und ein etwas größeres Haus hier hinbaue. Und schaut euch mal, wie er reagiert hat, als er gesehen hat, was er für ein riesen Haus geschenkt bekommen hat. Er freut sich richtig doll. Ich glaube, einen besseren Start kann man auf dem Citable Server gar nicht hinlegen und er sieht sehr, sehr glücklich aus. Doch ich habe mir überlegt, dass wir ihm noch ein kleines Geschenk machen. Und zwar hat er mir gerade verraten, dass er in den Lieblings-Items Kekse sind und in diesem Punkt sind wir uns wirklich sehr, sehr ähnlich. Deswegen habe ich ihm versprochen, dass ich ihm pro Like auf diesem Short einen Keks geben werde. Das heißt, bei 1000 Likes gibt es 1000 Kekse für ihn. Mal schauen, wie viele Likes dieses Video nach einer Woche hat. Und wenn ihr ihm selbst noch schenken wollt, joint jetzt auf opeso.net.